Entschuldigen Sie bitte, guten Tag, wenn Sie sich vielleicht erinnern, ich hatte hier bei Ihnen am letzten Donnerstag dieses Videogerät gekauft, ja, in erster Linie, weil meine Frau meinte, wir könnten jetzt vielleicht auch mal das Musikantenstadel aufzeichnen, also, wenn das jetzt so einfach möglich ist. Und jetzt habe ich auch das Musikantenstadel aufgezeichnet, also für meine Frau, aber das Gerät zeigt statt des Musikantenstadels die Schwarzwaldklinik. Ach, beziehungsweise die Wiederholung der Schwarzwaldklinik, also das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Aber das liegt dann ganz bestimmt nicht am Gerät, da müssen Sie es falsch programmiert haben, entschuldigen Sie. Falsch programmiert, aber Sie haben doch gesagt, das wäre praktisch gar nicht mehr möglich, kinderleichte Bedienung, haben Sie gesagt. Und trotzdem zeigt das Gerät, also statt des Musikantenstadels, also die Schwarzwaldklinik, also auch noch die Wiederholung der Schwarzwaldklinik. Das ist dann aber die falsche Programmierung. Ich zeige es Ihnen gern noch einmal. Bitte, bitte, bitte. Sehen Sie, es ist doch wirklich so einfach. Sie brauchen ja nur mit der Flüssigkristalldisplayfernbedienung LCD Automenü zu wählen, um über Input Select den Timer aufzurufen, damit Sie das VPS-Signal eingeben können, sofern die gewünschte Sendung VPS gekennzeichnet ist. Wobei es sich dann empfiehlt, gleichzeitig den automatischen Spurlagen-Nachstellregler hier über den Eingangsimpuls L2 zu aktivieren. Den Spurlagen-Nachstellregler. Bitte wen? Den Spurlagen-Nachstellregler. Bitte, welchen Spurwagen-Nachbell-Pegler denn? Hören Sie mal, Spurlagen-Nachstellregler. Das ist doch nun wirklich nur ein Kinderspiel. Sehen Sie, nachdem Sie den SLV 815 UB-Selektierregler über VTR 3 vorangemeldet haben, kann ja praktisch überhaupt gar nichts mehr passieren. Denn dann braucht Sie ja nur noch per Abrufimpuls, über Search Automatic Forward, Ihren Bedienerbefehl in den 36-Channel-AS mit Feinabstimmung über die Timerdaten-Einblendkaste hier unten das kleine Link-Display einzugeben. Und das Gerät macht praktisch alles ganz von alleine. Das ist ja sogar ganz einfach, aber wieso zeigt das Gerät dann trotzdem statt des Musikantenstadiums die Schwarz-Rattie? Meine Frau ist ja immer noch böse. Also erklärbar ist das eigentlich nicht, sagen Sie, Sie haben sich jetzt Input-Select vor- oder nach-Execute über Auto-Menü gedrückt. Wie meinen Sie das jetzt? Input-geschmeckt? Oder kaputt-gestreckt? Das glaube ich nicht, dass das schon wäre. Ach, es ist doch so einfach. Sehen Sie mal, Sie haben ja sogar noch die Gegenkontrolle im Direktprogramm durch die TV-in-TV-Funktion, sodass das verkleinerte Videobild in das Programmbild eingespielt wird. Oh, da haben Sie etwa die PNP-Funktion gewählt, wobei dann das verkleinerte Programmbild in die Videoaufzeichnung eingespielt wird, bei gleichzeitiger Einblendung des Timerdates in das Großformat. Aber nein, dann hätten Sie ja, dann hätten Sie ja, dann hätten Sie ja die Schwarz- die Schwarzwald-Klinik und, und, und das Musikantenstadium gleichzeitig, also das Musikantenstadium, das kleinverkleinertes Videobild in der Schwarzwald-Klinik. Also, da müsst ihr dann zu Hause doch mal nachsehen, aber das glaube ich, das hätte meine Frau auch sofort bemerkt. Nein, 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 wenn Sie nämlich den richtigen Kanal, nicht wahr, über Transmit auf dem Flüssig-Display mit dem automatischen Scherzern, nicht wahr, in den Terminal-Tuner-Preset im Normal-Klassik-Preset-Channel, äh, sagen Sie mal, können Sie denn überhaupt Englisch? Doch, doch, ganz, 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 ganz gut so weit, aber vielleicht hat ja auch der Tubenfresser nur auf Durchfahrt gestanden. Ich habe einfach vergessen, über die Timer-Lade-Einlenk-Quaste die Rekordbeine hinten festzumachen. Ja, 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 das ist es gewesen, sehen Sie, habe ich Ihnen doch gesagt, es kann praktisch nichts falsch gemacht werden, alles so einfach, einfacher geht es wirklich nicht. Ja, ganz, ganz, ganz einfach.